Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Escape Room von Adam Robitel. In den 70er Jahren sagte der französische Philosoph Jean Baudrillard, dass Gefängnisse eigentlich nur dazu da sind, um zu kaschieren, dass wir alle eingekerkert sind. Trifft etwas ähnliches nicht auch auf die seit einigen Jahren so beliebten Escape Games zu? Man lässt sich freiwillig einschließen, löst dann Rätsel oder bewältigt irgendwelche Aufgaben, um danach wieder in die Freiheit entlassen zu werden, die aber vielleicht gar keine Freiheit ist. In dem Thriller Escape Room begeben sich sechs sehr unterschiedliche Personen in einen Escape Room. Sie bekommen eine Einladung von irgendjemand, das ist nicht so genau klar, aber sie treffen sich dann an Ort und Stelle und dann werden sie in einen Raum geschickt, die Tür wird zugemacht und da müssen sie jetzt irgendwie wieder rauskommen. Die Personen sind eine Physikstudentin, einer ist ein normaler Angestellter, eine andere war beim Militär, einer ist Lkw-Fahrer, einer ist Börsianer und einer ist einfach ein Spielenerd, der sich freut, jetzt ein neues Spieleabenteuer zu erleben. Wer sich aus dem abgeschlossenen Raum befreien kann, der gewinnt 10.000 Dollar, aber sehr schnell zeigt sich, dass es nicht einfach irgendein Spaß ist, sondern das kann für manche tödliche Folgen haben. Ist das nun ein Zeichen der Dekadenz, könnte man natürlich fragen. Also jetzt haben wir eigentlich die Freiheit und jetzt lassen wir uns freiwillig einschließen? Das ist natürlich eine generelle Kritik, die man immer üben kann. Also wir machen Diäten, also nur weil wir keinen wirklichen Hunger mehr kennen, sind wir jetzt so dekadent, dass wir plötzlich anfangen Diäten zu machen oder weil wir keinen Krieg mehr erleben, stürzen wir uns in Extremsportarten oder in Abenteuerurlaube. Jetzt sind wir also so frei dann, dass wir uns zum Spaß einsperren lassen. Doch wir sollten es uns mit der Kritik nicht ganz so einfach machen und stattdessen die Dialektik des Phänomens erkennen. Mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft im 18. Jahrhundert errichtet man ein System aus Institutionen zur Einschließung von Menschen. Da gibt es Gefängnisse, es gibt verschiedene Heime, es gibt Schulen. All diese Institutionen sind Teil der Disziplinargesellschaft, wie das der Philosoph Michel Foucault beschrieben hat in seinen Schriften. In den vergangenen Jahrzehnten aber werden ja Türen immer seltener geschlossen und immer seltener wird der Stößel rumgedreht, sondern die Türen stehen nun sperrangelweit offen. Diese klassischen Institutionen, die einsperren, die verschwinden immer mehr, so scheint es zumindest. Offenheit und Transparenz heißen jetzt die Modewörter. Auch die Familien haben sich geöffnet beziehungsweise sie sind zersplittert. Neue Lebensstile und Lebensformen werden weniger als früher noch unterdrückt. Der Individualismus scheint gesiegt zu haben. Zwar gibt es noch immer Ausbruchsgeschichten aus disziplinarischen Verhältnissen, doch die findet man zunehmend nur an exotischeren Orten. Man muss dafür weit in die Ferne oder man muss in eine Sekte oder in ein Kloster. Dort werden solche Geschichten noch erzählt, auch im Kino. Kluge Bücher, zum Beispiel die von Michel Houellebecq oder auch kluge Filme wie It Follows oder Klassenfeind, Class Enemy, zeigen aber das Dilemma der Freiheit, die Überforderung durch Freiheit, das Eingesperrtsein in der Freiheit. Eine liberale, aber unfreie Figur in dem Film könnte der Börsianer sein, auch wenn er das selbst nicht merkt. Er scheint sich alles leisten zu können. Er erinnert in seinem ganzen Auftreten an Patrick Bateman, der ja das personifizierte Freiheitsdilemma ist, der mit der Freiheit auch nichts anfangen kann und aggressiv wird. Und dieser Börsianer jetzt im Film sucht nach einer neuen Herausforderung und findet sie in diesem Escape Game. Doch ist er wirklich frei? Nein, auch er lebt natürlich in einem unsichtbaren Gefängnis, im Gefängnis des Finanzmarktkapitalismus. Die Gitterstäbe bestehen aus Zahlen, Optionsscheinen und Börsenkursen. Doch der Finanzkapitalismus, der suggeriert Freiheit. Du kannst alles sein, du kannst alles werden. Zugleich setzt das System natürlich auch jeden unter Druck, dass er sich selbst verwirklichen muss, dass er erfolgreich sein muss, dass er auch ständig etwas Neues erleben muss. Das zeigt sich an der Physikstudentin. Sie geht eigentlich voll und ganz in der Physik auf. Für sie gibt es eigentlich nichts anderes. Aber auch sie bekommt von ihrem Professor gesagt, sie soll jetzt mal etwas anderes machen, jetzt mal etwas Wirkliches erleben. Das ist ein ganz anderes Konzept als das der Berufung. Wer sich für irgendetwas berufen fühlt, zum Beispiel auch ein Mensch, der sich berufen fühlt, ins Kloster zu gehen, der empfindet ja gerade diese Berufung nicht als ein Eingesperrtwerden, sondern als eine Form der Freiheit. Also auch im Kloster kann man natürlich vollkommen frei sein. Escape Room ist zwar sehr schön ausgestattet, doch die Ideologien unserer Zeit, die tippt dieser Film nur an, eher zufällig als gekonnt. Dennoch können wir den Film als Phänomen betrachten. Kommen wir noch einmal auf Jean Baudrillard zurück, der meinte, dass die Funktion der Gefängnisse darin besteht, uns darüber hinwegzutäuschen, dass wir alle in einem sehr großen Gefängnis leben. Im Film müssen neben Schlüsseln, die gesucht werden müssen, auch Zahlen- und Buchstabencodes eingegeben werden, die man auch erst einmal finden muss. Beschreibt das nicht ziemlich genau unseren Alltag oder zumindest den einer sehr nahen Zukunft? Wir leben in einer Zeit, wo wir ständig unseren Pass vorzeigen müssen, unsere Kreditkartennummern eingeben müssen, irgendwelche QR-Codes, die wir auf unseren Smartphones haben, werden gescannt, damit sich für uns irgendeine Tür öffnet. Auch die Abschaffung des Bargelds geht in diese Richtung. Wenn das Bargeld erst einmal abgeschafft wird und Bargeld ist geprägte Freiheit, dann werden wir wieder unfrei, dann müssen wir sozusagen durch Zahlen-Codes und all das sozusagen immer noch beweisen, dass wir diese Hürde nehmen dürfen, dass wir diese Barriere überwinden dürfen, dass sich für uns diese oder jene Tür öffnen kann. Autos werden bald nicht mehr losfahren, wenn sie vorher nicht den Fahrer gescannt haben, ob er wirklich fahrtauglich ist. Öffentliche Räume werden uns vielleicht irgendwann versperrt sein, weil von uns, so glauben die Überwachungskameras, die uns wiedererkennen, eine Bedrohung ausgeht. Sie erkennen vielleicht die Personen wieder, die mal gegen Upload-Filter demonstriert haben oder für den Klimaschutz. Das Sozialkreditsystem in China funktioniert schon so. Wer sozusagen nicht die entsprechende Punktzahl erfüllt, der wird in seiner Mobilität eingeschränkt. Der darf nicht mehr reisen, darf keinen Zug mehr besteigen. Zugleich bedienen Escape Rooms die Sehnsucht nach einer Übersichtlichkeit, denn tatsächlich ist das, was jetzt gerade skizziert wurde von mir, ja doch ein Zeichen einer großen Unübersichtlichkeit auch. Escape Rooms aber haben ja noch ganz klare Akteure. Also wir können fragen, wer steckt dahinter? Das ist sehr rasch eine wichtige Frage im Film, als die Figuren merken, dass es ein sehr ernstes, ja tödliches Spiel ist. Eine Fortsetzung, die der Film sehr offensiv ankündigt, wird die Frage dann wieder aufgreifen. Doch die Frage führt eigentlich am Problem vorbei. Sie ist eine Frage, die im 19. und wohl auch im 20. Jahrhundert hätte gestellt werden können. Derzeit nämlich, als es noch ganz klassische Einschließungsmilieus gab. Da konnte man sagen, meine protestantische Familie engt mich ein. Oder man konnte sagen, der Unternehmer, für den ich am Fließband arbeite, sperrt mich ein, weil ich nicht streiken darf, weil ich nicht genügend Rechte habe. Die Krimi-Frage, wer ist der Täter, wer steckt dahinter, die führt aber heute nicht mehr zum Ziel. Die Macht ist heute gasförmig geworden. Das schreibt Gilles Deleuze in einem Postskriptum zur Disziplinargesellschaft, zu den Ideen von Michel Foucault. Deleuze sagt, wir leben heute in einer Kontrollgesellschaft. Jeder kontrolliert irgendwie jeden. Wir werden überwacht, aber es gibt nicht einzelne Akteure, die das alles steuern. Das heißt, nicht einzelne Personen drücken Knöpfe und regieren damit die Welt. Zwar gibt es natürlich nach wie vor mächtige Akteure, doch es gibt nicht die paar Bösewichte, die die Fäden ziehen. Escape Rooms funktionieren aber natürlich noch so. Wir haben eine Aufgabe gestellt bekommen von einem Unternehmen oder von eben irgendeiner Institution, die diese Escape Games veranstaltet oder irgendetwas. Dann können wir noch sagen, die stecken dahinter und diese Rätsel müssen wir lösen und dann wissen wir, wie der Hase läuft. Das können wir heute nicht mehr so einfach sagen. Zwar gibt es zwischen mächtigen Akteuren auch Verschwörungen, doch jene Verschwörungstheorien, die eine kleine Gruppe von Übeltäter ausmachen wollen. Die sind völliger Unsinn. Sie dienen eigentlich ganz stark der eigenen Entlastung. Der Glaube an solche Verschwörungstheorien hat etwas Religiöses. Ich armer Mensch kann eigentlich gar nichts tun, wenn Gott oder wenn eben dieses mächtige Häuflein es nicht will. Und Gottes Wege sind dabei unergründlich, also ich habe auch gar keinen wirklichen Überblick. Es gibt da aber einzelne Akteure und die manipulieren alles. Wir sollten uns stattdessen selbst als Akteure begreifen, bevor wir auf solche Verschwörungstheorien hereinfallen. Als Akteure, die sich wie unsere Figuren sehr oft freiwillig in gewisse Abhängigkeiten begeben, also selbst in einen Escape Room begeben. Allein schon, wenn wir uns die Sicherheitsdebatte ansehen. Unsere große Sicherheitsliebe führt natürlich auch dazu, dass wir permanent kontrolliert werden. Zugleich müssen wir aber auch die systemische Abhängigkeit begreifen. Und kommen wir damit zu dem doch eigentlichen Skandal bei den Enthüllungen von Julian Assange und Edward Snowden. Es liegt ja alles offen zu Tage, wie die Überwachung läuft, was eigentlich in manchen Hinterzimmern so geplant wird. Aber der eigentliche Skandal ist ja, dass sich, obwohl wir das alles wissen, nichts ändert. Wir verhalten uns so wieder besseres Wissen. Jeder Raum wird im Film überwacht. Und allein das Wissen, dass wir überwacht werden, sorgt dafür, dass man eben nicht frei handelt. Man bewegt, spricht und handelt immer für ein quasi unsichtbares Publikum, beziehungsweise für einen alles sehenden Gott. So ist es auch zunehmend im öffentlichen Raum. Die Physikstudentin greift auf die Quantentheorie zurück, wo seit langer Zeit die Hypothese debattiert wird, ob durch die Beobachtung einer Gegebenheit der Beobachter diese beeinflusst. Für unsere soziale Wirklichkeit können wir sagen definitiv ja. In einer fulminanten Szene zerschlägt die Physikstudentin die Überwachungskameras in einem der Räume. Nur so, sagt sie, könne sich das System überhaupt ändern. Nur so gibt es einen wirklichen Ausweg. Zudem gibt es in jedem Raum, sie wechseln also von einem in den anderen Raum. Es muss ja auf Spielfilmlänge alles ausgedehnt werden. Zudem gibt es dort genaue Regelwerke, kleine Regeln, die die Figuren befolgen müssen. Das erinnert an einen Satz von dem italienischen Regisseur Pier Paolo Pasolini, der sagte, in einer Gesellschaft, in der alles verboten ist, kann man alles machen. In einer Gesellschaft, wo nur etwas erlaubt ist, kann man nur dieses etwas machen. Genau über diese Erkenntnis täuschen uns der Film, aber auch die Escape Games generell hinweg, sodass wir nur schauen, aber nicht sehen. sagen wir, es wird ja nochrus, wenn los pea sind, gibt es auch die Erkenntnis täuschen. Dä First als eine Welt heisst. Banke Vert